Wenn man die Woodpassage durchschreitet, wird sie zu einem Sprachrohr, zu einem Sprachrohr für die ökologischen Vorteile von Holz und auch vom Holzbau. Ursprünglich wurde diese Woodpassage nicht für hier konzipiert, sondern sie wurde konzipiert, um das Holz in die Stadt zu bringen. Also die Wiener sind ausgezuckt vor Begeisterung. Wir haben 200.000 Menschen eingeladen, hierher zu kommen, diese Woodpassage anzuschauen. Und ich schwöre Ihnen, sie kommen alle, weil es einfach unglaublich schön ist. Und ich glaube, ich war nicht überall dabei, aber das ist sicherlich der schönste Standort, an dem die Woodpassage jemals gestanden ist. Wir haben eben von Anfang an gesagt, wir sind Kulturhauptstadt, ja, wir möchten das in Grünau zelebrieren und vorstellen und tun. Und das heißt, wir möchten auch nutzen, dass wir wirklich so eine schöne Installation da haben und diese bespielen.